Okay, jetzt gibt es eine Videoeinschätzung zu God of War. Da geht es um den gealterten Kratos, der mit seinem Jungen quasi in irgendwelche Nordlande gezogen ist. Wo genau, wurde noch nicht verraten. Und wir haben dann nochmal eine erweiterte Demo gezeigt bekommen, die man auch schon auf Sonys Pressekonferenz gesehen hatte, beziehungsweise halt einen kleinen Ausschnitt davon. Und ja, ich hätte mir leider gewünscht, dass man ein bisschen mehr zu sehen bekommt. Das war leider jetzt nicht so viel. Aber es wurden immerhin schon so ein paar kleine Details erklärt. Zum Beispiel, dass der Sohn auch wächst im Laufe des Spiels. Und dass das halt auch einer der Hauptmotivationspunkte ist, den halt so ein bisschen aufzuleveln. An den gehen halt auch die Erfahrungspunkte. Und passend dazu ist man halt auch, man sieht halt wieder, wie der Vater mit dem Sohn jagen geht erstmal. Da muss er sein erstes Tier erlegen. Er ist ja so ein bisschen zögerlich noch am Anfang. Und dann nimmt ja irgendwann Kratos seine Hand und erlegt dann mit ihm sozusagen diesen Elch, der auch herzzerreißend am Keuchen ist und so ein bisschen leuchtet. Naja. Und später geht es dann zur Sache eher gegen so Skelettkrieger, gegen Nordische, die auch irgendwie der Mythologie entnommen sind. Und auch gegen fette Trolle, die so einen großen Pfeiler mit sich rumschleppen und mit Lava irgendwie spritzen. Und das sieht schon alles sehr cool aus. Sehr stimmungsvoll auch die Kulisse mit zerklüfteten Bergen, mit so idyllischen Wäldern. Und Kratos selbst, bei dem ist es so, an den gehen halt eher die Ressourcen, dass er seine Ausrüstung so ein bisschen aufrüsten kann. Er kann auch seine Axt einsetzen, um sie zum Beispiel so ein bisschen weiter wegzuschleudern. Was auch wichtig ist, weil in so ein bisschen abgelegerenen Ecken, da findet man auch so diverse Beute. Es ist jetzt nicht ein offenes Spiel, also definitiv nicht, sondern es gibt halt ab und zu hier und da mal eine kleine Abzweigung, wo noch was versteckt liegt. Eine einschneidende Änderung soll auch sein, dass man jetzt mehr so über die Schultertasten kämpft. Unter anderem halt das Anpeilen so mit L, mit der Axt, wenn man sie schmeißt. Oder im Nahkampf halt einfach so auf die Knöpfe hämmern, oder wie auch immer. Was einem auch im Kampf helfen soll, ist halt der Rage-Meter. Wenn man Schaden nimmt, dann kann er noch so ein paar verheerende Attacken entfesseln. Und ja, das hat mir ja gut gefallen bisher. Auch wenn ich natürlich noch gerne ein bisschen mehr gesehen hätte und auch ein paar mehr Fragen beantwortet bekommen hätte. Und ja, das hat mir ja gut gefallen.